Danke Katharina. Wir müssen uns entschuldigen bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass wir so ein bisschen hin und her springen, aber an so einem Tag wie heute ist das vielleicht auch mal gerechtfertigt. Wir wollen Ihnen zeigen vor allem die Reaktionen auf die Befragung der Bundeskanzlerin. Im Moment steht am Mikrofon Kai Gottschalk aus der AfD-Fraktion. Er ist der Vorsitzende des Wirecard-Untersuchungsausschusses. 2005 fing auch die Kanzlerschaft der Bundeskanzlerin an. In dieser Zeit gab es erhebliche Rückmeldungen seitens des Finanzministeriums, was ich persönlich sehr gut finde, wenn eine die BaFin an das Finanzministerium reportiert, korrigiere, also die BaFin hat an das BMF reportiert. Es gibt Mängel hier in diesem System und innerhalb des BMF wurde anscheinend nicht richtig oder zielgerichtet informiert. Es wurde nicht nach oben gegeben und wir haben auch festgestellt, das fand ich sehr pikant, dass das BMJV also hier eher sperrte und nach wie vor anscheinend, denn jetzt soll es ja wieder auf ein zweistufiges Verfahren, ja, mit Eingriffsmöglichkeiten gehen. Die Regierung wird es so darstellen. Offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, findet das BMJV dieses Verfahren gut. Was mich schockiert hat und was, glaube ich, die Aussagen von mir der letzten Wochen und Monate bestätigt, ist, dass das Wort Compliance hier in Berlin, was Ministerien, sogar das Bundeskanzleramt gibt, was Geschäftsbereichsbehörden angeht, also nehmen wir die APAS, nehmen wir die DPR, nehmen wir vielleicht auch das Finanzministerium eher Fehlanzeige. Dass aber dann auch die Frau Kanzlerin sagt, weiß ich eigentlich gar nicht und sie wäre dann ja auch von dieser Compliance umfasst, das müsste man sich an dieser Stelle mal vorstellen, das hat mich mehr als schockiert. Denn nochmals, es wird mit Recht von Finanzunternehmen, von vielen Playern am Markt verlangt, dass Insiderinformationen, Compliance-Richtlinien, sogar zwischen Eheleuten teilweise, die in den einen und derselben Firma oder aber auch eben, wenn jemand von denen in sicherheitsrelevanten Bereichen arbeitet, da wird mehr abgefordert, als hier teilweise in den Regierungsbehörden und in den Ministerien selbst. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Das ist nicht mehr State of Art, das ist hinterweltlich. Dann muss man sagen, ich glaube auch, und das finde ich am Ende des Tages wieder befriedigend, die Bundeskanzlerin hat erkannt, dass dieses Gespräch mit Herrn zu Guttenberg sehr kritisch zu beurteilen ist. Dieses Gespräch, hoffe ich, löst auch hier einen Prozess, der nichts für mich mit Compliance zu tun hat, sondern ganz einfach mit einer sauberen Herangehensweise. Wenn Gespräche bei der Kanzlerin in einen kritischen Verlauf hineingehen, das heißt tatsächlich Interessen des Gesprächsteilnehmers deutlich werden, die eben über den Bedarf eines Gesprächsaustausches, Informationsaustausches hinausgehen, dann ist für mich zwingend, und das klang auch an, dass ein wirklich zweiter, vielleicht Herr Röller oder wer auch immer, hinzugezogen wird, damit dieses Gespräch dann auch entsprechend viel, viel besser dokumentiert wird. Ich glaube, der Kanzlerin und auch ihren Reaktionen auf das Gespräch und die Ansprache zu Guttenberg ist klar geworden, dass ihr hier, denke ich, ein Reifeprozess eingetreten ist. Und auch das ist natürlich positiv zu begrüßen. Und ich denke, über Herrn Röller wird nach wie vor zu reden sein. Ich bin der Ansicht, dass Herr Röller, wenn ich das unter Compliance-Gesichtspunkten beurteile, für mich hier lange noch nicht aus dem Schneider ist. Ich hatte das auch in der Vernehmung oder in der Zeugenaufnahme gesagt. Mir sind zumindest zunächst einmal Informationen zugespielt worden, dass eine Frau noch ganz andere Geschäfte unter Umständen betreibt. Wir werden dem nachgehen. Aber schon das, was wir im Ausschuss feststellen konnten und das ständige Revidieren einer Aussage mit mehrmaligen Korrekturen, was zunächst natürlich zulässig ist, lässt erheblich an vielen Aussagen, die er getroffen hat, zweifeln. Also die Glaubwürdigkeit hier ist für mich in Teilen erschüttert. Das muss man sagen. Und es ist natürlich dann auch wieder eine Rückwirkung aufs Kanzleramt. Aber das muss Frau Kanzlerin entscheiden, wie sie hier im Fall Röller für die Zukunft verfahren will, aber sicherlich auch in Zukunft mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kanzleramtes. Ansonsten bleibt das Gesamtfazit, glaube ich, dass dieser Ausschuss hervorragend gearbeitet hat. Er hat die notwendigen Impulse in die Politik wiederum und in die administrativen Organe gegeben. Das FISC ist für mich, das muss ich aber auch feststellen, bei einem Schulterklopfen der Regierung sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Das FISC kann nur ein erster entschlossener und robuster Schritt sein. Nochmals, Rotation von zehn Jahren halte ich nach wie vor für wesentlich zu lang. Auch in zehn Jahren entstehen Kumpaneien, persönliche Beziehungen. Und auch hier, denke ich, wird die Zukunft beweisen, dass man hier zu kurz gesprungen ist. Es wird weitere Regelungen sicherlich auch innerhalb der BaFin geben müssen. Auch da wünsche ich Herrn Branson viel Glück und das er insbesondere. Und ich glaube, das ist auch die Erkenntnis dieses Ausschusses. Es liegt nicht nur an Gesetzen und Gesetze regeln lange nicht alles. Auch für die BaFin dürfen wir in Zukunft eine kritische Grundhaltung erwarten. Ein Ministerium, so klang es an, eine Behörde mit BIS. Und das erwarte ich auch tatsächlich in der Umsetzung. Ansonsten möchte ich Sie auch noch informieren. Sie wissen, wir werden dann ja doch in der ersten Plenumswoche im Mai mit der Beweisaufnahme fortfahren. So der Beschluss und werden dort sicherlich auch noch mal interessante Zeugen zugegen haben. Also Sie sehen, dieser Ausschuss macht wirklich seinem Namen als Aufklärungsorgan, politisches Organ alle Ehre. Und da möchte ich mich auch noch mal als Ausschussvorsitzender bei allen Fraktionen bedanken. Denn ohne den Einsatz aller Fraktionen und die vielen Sitzungstage und über 90 Zeugen, die wir gehört haben, wäre das an dieser Stelle nicht möglich gewesen. Und ich denke, die Öffentlichkeit kann mit Recht stolz auf diesen dritten Untersuchungsausschuss zum Thema Wirecard sein. Gibt es noch Fragen? Nicht der Fall. Danke. Kai Gottschalk war das, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Wirecard. Unter anderem noch mal zur Rolle des Lobbyisten Karl Theodor zu Guttenberg. Früher Verteidigungsminister, mittlerweile eben auch Lobbyist für oder danach auch Lobbyist für Wirecard gewesen. Das ist Hans Michelbach, der stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsausschusses und Mitglied der Unionsfraktion. Ich habe die Befragungen durchgeführt. Heute hatten wir die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zu Gast und als Zeugin einvernommen. Ich bin sehr froh darüber, dass einerseits geklärt werden konnte, wie und warum sich die Bundeskanzlerin für die Interessen der deutschen Wirtschaft einerseits einsetzt, aber auch andererseits nicht bereit ist, intransparente Lobbyarbeit von Beratern zu unterstützen. Und demgemäß war es auch für uns erhellend, dass die Beratertätigkeit von einzelnen Personen, die früher dem Kabinett angehört haben oder im Bundeskanzleramt gearbeitet haben, nicht statthaft war und in jedem Fall abzulehnen ist. Im Mittelpunkt stand dabei natürlich die Frage, die wir in Verbindung mit Karl Theodor zu Guttenberg und seinen Besuch im Bundeskanzleramt hatten und das kurz vor ihrer China-Reise. Ohne Vorankündigung wurde intensiv für die Unterstützung des wegen Betrugs heute angeklagten Unternehmensweierkart geworben. War vorher nach ihrer Aussage nicht bekannt, um welches Thema es geht. Nur aufgrund des Vertrauensvorschusses hat sie dieses Gespräch mit einem ehemaligen Kabinettsmitglied vorgenommen. Für die Bundeskanzlerin war klar, dass sie sich damit unwissend auf eine Werbemaßnahme für dieses Unternehmen in China eingesetzt hat, ohne dass sie den Hintergrund dazu näher gewusst hat. Allerdings muss man sagen, dass ich der Auffassung bin, dass sie hätte von ihrem Amt, von ihren Beamten wie aber auch von anderen Ministerien durchaus hätte gewarnt werden können. Denn es ist auch ganz klar, dass zu vermuten ist, dass Wirecard eigentlich nur eine neue Schimäre den anderen Schimären hinzufügen wollte, indem man zu den 58 Gesellschaften eine neue 59. Gesellschaft hinzufügen wollte und damit natürlich auch die Grundlage für neue Kreditmittel von Banken zu erwerben, so wie man das bei anderen Gesellschaften durchgeführt hat. Es war mehr oder minder ein Betrugsmodell mit immer neuen Gesellschaften, neue Kreditmittel anzureizen und zu bekommen und damit auch insgesamt fast 2 Milliarden Euro Fremdmittel von Banken abzugreifen, die alle nicht mehr vorhanden sind. Und damit ist der Schaden auf über 20 Milliarden Euro hochgestiegen. Es ist auch ganz klar, dass ein Finanz- und Zahlungsdienstleister in China auch von der Größenordnung von Wirecard überhaupt keine fachliche Grundlage hatte. Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestags hat in einer Delegationsreise, die ich führen durfte, mit den Kolleginnen und Kollegen erkannt, dass in China nur die zwei großen, ganz eng verbundenen Staatszahlungsdienstleister überhaupt dort Dienstleistungen vornehmen können, weil es ja darum geht, das Bargeld völlig abzuschaffen. Es ist auch nahezu abgeschafft, um gleichzeitig eben die Überwachung der Bevölkerung in ihren wirtschaftlichen Handlungen durch diese Zahlungsdienstleistungen im Kartensystem durchzuführen. Das heißt, man hätte eigentlich fachlich in den Ministerien dafür erkennen müssen, dass es für einen Einstieg, einen fachlichen Einstieg für diese Unterstützung gar keine fachliche Grundlage gab. Auch das ist bemerkenswert. Natürlich ist das Thema Lobbyismus ein Thema, das man sich genau anschauen muss, denn es zerstört das freie Wirtschaftssystem, es belastet unsere marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung und deswegen ist dies sehr ernst zu nehmen. Und wenn es geschieht, wie wir das heute noch einmal herausarbeiten konnten, dass ein Besuch im Kanzleramt dazu stattfindet, die Bundeskanzlerin für eine Werbetour in China anzusprechen und es gibt einfach Dinge, die tut man nicht, nämlich, dass man eine Bundeskanzlerin für eigene Geschäfte einsetzt. Das beschämt mich und deshalb habe ich mich bei der Bundeskanzlerin auch für meine Partei entschuldigt. Ich denke, das war notwendig, weil mich dies sehr berührt hat, dass man so mit einer Bundeskanzlerin umgeht. Das geht nicht und darf es auch nie mehr geben, meine Damen und Herren. Ich habe deshalb hinzuzufügen, dass wir bei Lobbyismus und Beratertätigkeit genauer hinschauen müssen. Wirecard hat 62,4 Millionen Euro für Berater- und Lobbyismus-Tätigkeiten im Zeitraum von 2016 bis zur Insolvenz 2020 ausgegeben. Das zeigt, dass man hier einfach eine Geschäftstätigkeit kaufen wollte, dass man hier die Politik letzten Endes auch mehr oder minder unterwandern wollte. Und das geht auch nicht, denn das fördert natürlich die Unglaubwürdigkeit der Politik. Und das darf auch in der Zukunft in dieser Form nicht mehr stattfinden. Und wir müssen alles dafür tun, dass Lobbyismus auch mehr infrage gestellt wird. Wir müssen die Hintergründe kennen, wir müssen die Interessenskonflikte kennen, wenn zu uns als Abgeordneter, als Amtspersonen jemand kommt, um letzten Endes solche Dinge nicht mehr stattfinden zu lassen. Was mich auch noch einmal abschließend besonders berührt hat, dass wir eine breite Lobbyistentätigkeit in mehreren Ministerien gleichzeitig haben. Es ist im Bundeskanzleramt lobbyiert worden. Es ist im Bundesfinanzministerium gleichzeitig mit demselben Thema lobbyiert worden. Es ist in der deutschen Botschaft in Peking, also in Verbindung mit dem Auswärtigen Amt, auch gleichzeitig das gleiche Thema lobbyiert worden. Also man muss sich vorstellen, da hatten es welche sehr, sehr notwendig. Und das zeigt, dass wir sehr, sehr aufpassen müssen und dass wir auch gesetzliche Maßnahmen vornehmen müssen, dass diese Dinge nicht weiter ausufern. Ich kann nur sagen, dass die Wirtschaft eine Selbstbeschränkung wahrnehmen muss und dass wir auch Leitplanken durch gesetzliche Maßnahmen vornehmen müssen, dass diese Dinge nicht weiter die Wirtschaftssystematik in Deutschland, die freie Wirtschaftsordnung gefährdet. Herzlichen Dank. Hans Michelbach aus der CSU-Landesgruppe zugleich auch hier stellvertretender Vorsitzender des Wirecard-Untersuchungsausschusses mit einer ungewöhnlichen Geste. Er hat sich entschuldigt bei der Bundeskanzlerin für das Agieren seines früheren Parteifreundes Karl Theodor zu Guttenmunder. Und das ist Matthias Hauer, Obmann der Unionsfraktion im Untersuchungsausschuss. Wie erwartet war die Bundeskanzlerin bereit, alle Fragen zu beantworten, war sehr gut informiert. Insofern müssen wir festhalten, der Berührungspunkt, den die Bundeskanzlerin zu diesem Themenkomplex hat, war eine China-Reise im September 2019. Bei dieser Reise nach China hat sie den Markteintritt des Unternehmens flankiert. Wir haben in China die Situation, dass es Investitionsbeschränkungen für deutsche und europäische Unternehmen gibt, gerade im Bereich Finanzen, gerade im Bereich Technologie. Und es ist unsere Erwartungshaltung, ich denke auch als Politik insgesamt, dass die Bundesregierung sich einsetzt im Ausland für deutsche Unternehmen und mit dem dahinterstehenden auch deutschen Arbeitsplätzen und Steueraufkommen. Insofern ist es erstmal nicht verwerflich, sondern gerade unsere Erwartungshaltung, dass sich die Bundesregierung, und das hat beim Thema Wirecard in verschiedenen Ministerien stattgefunden, ein Einsatz auch im Ausland erfolgt ist. Allerdings ist es natürlich so, dass mit dem Wissen von heute, und das hat die Bundeskanzlerin auch sehr deutlich gemacht, natürlich damals kein Einschreiten, keine Flankierung stattgefunden hätte. Die Bundeskanzlerin hatte keine Kenntnis zum damaligen Zeitpunkt über Unregelmäßigkeiten in Bezug auf Wirecard. Auch ihr Ministerium hatte keine schwerwiegenden Erkenntnisse. Es gab vorher auch eine Abfrage beim zuständigen Bundesfinanzministerium. Auch von da gab es grünes Licht, sodass nachvollziehbar ist, wie die Bundeskanzlerin in China dort verhandelt hat. Sie hat noch einmal deutlich gemacht, dass es auch keine persönlichen Gespräche mit Wirecard gab und auch keine Sonderbehandlung durch die Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin hat die mangelnde Interaktion der Aufsichtsbehörden ebenso kritisiert wie auch das Thema der Abschlussprüfung. Ich denke, da hat sie den richtigen Punkt gesetzt. Wir haben ja mit dem Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz einen Aufschlag im Deutschen Bundestag. Auf der Basis arbeiten wir nun weiter. Wir haben als Unionsfraktion deutliche Verschärfungen dieses Gesetzes vorbereitet. Wir haben einige konkrete Vorschläge unterbreitet, die auch die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses im Detail widerspiegeln. Die Bundeskanzlerin hat auch zu Karl Theodor zu Guttenberg sehr klare Worte gefunden. Sie schätzt es gerade nicht, dass er sie mit seinen Anliegen dort behelligt hat. Und ich möchte auch deutlich sagen, dass es sich einfach nicht gehört, dass man einen Termin mit der Bundeskanzlerin anberaumt unter dem Vorwand eines Treffens unter ehemaligen Kabinettskollegen und dann dort berufliche Dinge anspricht. Karl Theodor zu Guttenberg hat versucht, die Bundeskanzlerin für seine Zwecke einzuspannen, aber dazu gehören zwei. Und die Bundeskanzlerin hat sich eben nicht einspannen lassen. Die Bundeskanzlerin hat, das ist deutlich geworden, sich korrekt verhalten und das Anliegen von Karl Theodor zu Guttenberg an den zuständigen Ansprechpartner weitergeleitet. Beziehungsweise die Bundeskanzlerin hat das Anliegen von Karl Theodor zu Guttenberg dahingehend gewiesen, wo es hingehört, nämlich bei den zuständigen Ansprechpartner und hat es eben nicht weiterverfolgt. Insgesamt hat die Bundeskanzlerin, das fand ich sehr erfrischend, auch lobende Worte für unseren Untersuchungsausschuss gefunden, und hat nochmal deutlich gemacht, dass unser Untersuchungsausschuss vollumfänglich notwendig war. Ich denke, da sind sich auch alle Mitglieder des Untersuchungsausschusses einig. Wir haben viel zu Tage gefördert. Wir haben auch viele Versäumnisse aufgedeckt im Bereich der Aufsicht, bei der BaFin, bei der Bilanzkontrolle, bei der Geldwäsche und bei der Finanzaufsicht, bei den Wirtschaftsprüfern, bei der Staatsanwaltschaft. Wir haben ein Ermittlungsteam bei der Abschlussprüfung eingesetzt, einen Ermittlungsbeauftragten bei den Nachrichtendiensten. Es ist sehr viel Zeit hier verbracht worden in dem Untersuchungsausschuss mit sehr intensiver Aufklärungsarbeit. Und da möchte ich auch nochmal den Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit in diesem Untersuchungsausschuss im Sinne der Sachaufklärung danken. Und heute war sicherlich zum Abschluss dieser Woche, in der wir die politischen Führungspersönlichkeiten unseres Landes hören, nochmal einer der Höhepunkte. Und deshalb denke ich, werden wir jetzt im Mai die weiteren, ich sag mal abschließenden Termine des Untersuchungsausschusses noch durchführen, um dann einen Abschlussbericht zu verfassen, bei dem wir dann auch konsensual versuchen festzustellen, was die Lehren aus diesem Skandal sind. Matthias Hauer war das für die Unionsfraktion, ist er Obmann im Wirecard-Untersuchungsausschuss und jetzt Florian Tonker, das ist der Obmann der FDP-Fraktion im Untersuchungsausschuss. Der Einsatz der Bundeskanzlerin für Wirecard in China war ein Fehler. Einer von vielen, auch nicht der entscheidende oder schlimmste, aber eben doch ein Fehler. Es ist Wirecard gelungen, einen bezahlten Lobbyisten mit direktem Gesprächskontakt zur Bundeskanzlerin, direkt vor Abflug der Bundeskanzlerin nach China ins Kanzleramt zu bringen, das Anliegen dort zu platzieren und dafür zu sorgen, dass die Bundeskanzlerin es auch eins zu eins umsetzt. Die zeitlichen Abläufe waren so, dass im Grunde im Kanzleramt gar keine Prüfung des Unternehmens Wirecard mehr möglich war, weil die Bundeskanzlerin fast direkt nach dem Gespräch, jedenfalls am nächsten Tag, ja schon im Flugzeug saß nach Peking und dann wiederum am darauffolgenden Tag die Sache dort angesprochen hat. Mit diesem Vorgehen, kurz vor Abflug nach China, das Thema seitens Herrn zu Guttenberg anzusprechen, wurden im Grunde die Prüfprozesse im Kanzleramt getunnelt. Es wurde angesprochen, obwohl gar keine vertiefte Prüfung des Unternehmens Wirecard mehr möglich gewesen ist. Für diesen Prozess trägt die Bundeskanzlerin die Verantwortung, das hat sie auf ihre Kappe zu nehmen, das hat sie so gemacht, nachdem sie mit Herrn zu Guttenberg gesprochen hatte. Und ganz entscheidend ist natürlich gerade bei einem solchen Eilprozess die Rolle von Lars-Henrik Röller, ihrem wirtschaftspolitischen Chefberater. Er war es ja, der sie vorbereitet hat auf die Wirtschaftsgespräche. Er war auch der Einzige, der kurz vor der China-Reise überhaupt noch die Möglichkeit hatte, etwas zum Thema Wirecard beizutragen und die Bundeskanzlerin auf Dinge aufmerksam zu machen. Umso schwerer wiegt, dass wir heute immer noch nicht sagen können, in welcher persönlichen Beziehung Herr Röller bzw. seine Frau zum Unternehmen Wirecard standen. Wir können nur resümieren, dass Herr Röller ausgesprochen große Erinnerungslücken hatte in Bezug auf seine persönlichen Gesprächskontakte zu Wirecard, die es ja gab. Dass eine E-Mail, die über seinen Dienstaccount im Kanzleramt verschickt wurde, diesem Untersuchungsausschuss nicht zur Verfügung gestellt wurde, sondern dass wir diese E-Mail von Herrn Röller aus dem Bestand des Insolvenzverwalters von Wirecard erhalten haben. Und dass Herr Röller offenbar von seinem Dienstaccount den Kontakt hergestellt hat zwischen Wirecard und einem Unternehmen in China, das in Verbindung mit seiner Frau stand und das gerne mit Wirecard in China Geschäfte machen wollte. Just in China, just in dem Land, in dem Wirecard überhaupt nur tätig sein konnte, weil die Kanzlerin vorher persönlich dafür gesorgt hat, dass die entsprechenden Genehmigungen erteilt worden sind. Ich finde, dass das aufklärungsbedürftig ist und ich habe kein Verständnis dafür, dass die Bundeskanzlerin pauschal und ohne sich persönlich vergewissert zu haben, dass Herr Röller korrekt gehandelt hat, ihm uneingeschränkt das Vertrauen ausspricht. Es ist ja sowohl denkbar, dass Herr Röller schon zum Zeitpunkt der China-Reise insoweit befangen war, als dass seine Frau bereits mit dem Unternehmen Wirecard oder dem Unternehmen Mintek in Kontakt stand, als auch möglich, dass nachdem Wirecard in China tätig werden konnte durch den Erwerb des Unternehmens Erlscore, dass danach eine Geschäftsgelegenheit gesehen wurde, seitens der Frau von Herrn Röller, das Unternehmen Mintek mit Wirecard in Kontakt zu bringen. Beides aber ist doch politisch anrüchig, nachdem ausgerechnet die Bundeskanzlerin selber beratend von Herrn Röller dafür gesorgt hat, dass Wirecard überhaupt auf den chinesischen Markt gekommen ist. Und an diesem Punkt war die Bundeskanzlerin schmallippig, wenig auskunftsfreudig und sie hat meines Erachtens nachzuliefern, der Öffentlichkeit eine klare Aussage zu machen, dass auch ihr Berater völlig unbefangen und nur an sachlichen Kriterien orientiert beraten hat, als es um Wirecard ging. Man muss dazu sagen, der Erlscore-Erwerb in China war für Wirecard auch von strategischer Bedeutung, wenn wir über das große Bild des Bilanzbetrugs reden. Über Jahre hinweg hat Wirecard immer wieder Unternehmen im Ausland gekauft, nicht weil das interessante Unternehmen waren mit tollen Umsätzen, sondern weil man diese Erwerbe brauchte, um den Kunden zu erklären, den Investoren zu erklären, dass das Unternehmen immer weiter wächst. Und in Wahrheit fand das Wachstum der Bilanz ja gar nicht dort statt, wo man neue Unternehmen gekauft hatte, sondern alleine auf dem Papier, basierend auf einem Lügengebäude. Und insofern ist es auch keine Petitesse, wenn man Wirecard im Herbst 2019 dazu verhilft, auf den chinesischen Markt zu kommen. Das war eine Erfolgsmeldung, die Wirecard dringend brauchte damals. Das Unternehmen stand unter Druck. Es musste den Investoren neue Erfolgsmeldungen präsentieren. Und eine solche war es ja auch, aus Sicht von Wirecard jetzt als erstes europäisches Unternehmen nach China zu kommen. Das wussten Markus Braun und seine Propagandamaschine auszuschlachten und damit auch den Aktienkurs wieder einzufangen, der unter Druck geraten war. Das ist das größere Bild. Und insofern sind wir meines Erachtens noch nicht am Ziel, sagen zu können, dass hier der Ablauf im Kanzleramt wirklich korrekt gelaufen ist. Er ist, was den Einfluss von Herrn zu Guttenberg angeht, ganz sicher nicht korrekt gelaufen. Das war eine Untertunnelung der regulären Prozesse. Und auch die Rolle von Herrn Röller ist für mich weiterhin nicht aufgeklärt. Und da erwarte ich auch von der Kanzlerin persönlich mehr Engagement, diesen Beitrag jetzt noch nachzuliefern. Vielen Dank. Florian Tonka, Obmann der FDP-Fraktion im Untersuchungsausschuss Wirecard, unter anderem auch noch mal zur Rolle von Wirtschaftsberater Röller im Kanzleramt. Das ist Fabio De Masi, der Obmann der Linksfraktion. Ich sage trotzdem was. Die Bundeskanzlerin hat eine große, große Gabe, die sie unterscheidet von vielen Männern in der Politik. Sie ist nämlich so furchtbar uneitel, dass man ihr tatsächlich dann eine gewisse Ahnungslosigkeit, die sie versucht, in sympathischer Art und Weise vorzutragen, geneigt ist, abzukaufen. Ich kaufe es ihr trotzdem nicht vollständig ab, weil ich glaube, dass dieses Märchen, dass da der Herzog Gutenberg vorbei marschiert ist und die Kanzlerin sich deswegen beim mächtigsten Mann in China für Wirecard engagiert habe, nicht belastbar ist. Das zeigen auch die Akten. Das konnten wir nach meiner Auffassung auch herausarbeiten. Es gab bereits vorher im Rahmen des deutsch-chinesischen Finanzdialogs auch intensive Kommunikation mit dem Kanzleramt. Und deswegen glaube ich, dass sich die Bundesregierung schon die Kritik gefallen lassen muss, dass sie sich hier für ein Unternehmen engagiert hat, und zwar auch in systematischer Art und Weise, dass der Mittelpunkt von Kritik der Financial Times war, gegen das es erhebliche Vorwürfe gab. Und ich denke, dass die Befragung der Kanzlerin gezeigt hat, dass wir weiterhin insbesondere hinsichtlich dieser wirklich teilweise irren Verbindungen auch in den sicherheitspolitischen Bereich noch weitgehend im Dunkel tappen. Es ist nun mal eine Tatsache, dass sich zwei deutsche Geheimdienstkoordinatoren mit Wirecard bzw. Herrn Marschallek beschäftigt hatten. Und die deutschen Dienste sagen, sie hätten das nicht auf dem Schirm gehabt. Das finde ich zumindest sehr, sehr schwer zu glauben. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass es immer noch passieren kann, dass wir auch in diesem Untersuchungsausschuss uns mit dieser Thematik noch einmal befassen müssen. Ich habe das ja angesprochen, Kollegen haben das auch angesprochen, dass insbesondere im Raum steht, dass auch die Verschlüsselungstechnologie, die durch die Bundesregierung selbst genutzt wird, auch auf Ebene der Minister, von einer Firma bereitgestellt wird, der auch geschäftliche Beziehungen zu Herrn Marschallek nachgesagt werden. Und ich finde, dass dies kein Anlass sein sollte, auch für die Bundeskanzlerin nicht, hier Desinteresse zu zeigen. Und ebenso finde ich es bemerkenswert, wenn zwar das Bundeskriminalamt überall Plakate klebt und nach Herrn Marschallek fahndet, aber das Bundeskanzleramt sich offenbar gar nicht mit der Frage beschäftigt hat, warum zum Beispiel der ehemalige militärpolitische Berater der Kanzlerin diniert hat mit Herrn Marschallek, gemeinsam mit Herrn Sarkozy. Also hier bleiben für mich ganz wesentliche weitere Fragen offen. Klar ist, Herr Scholz hat hier erzählt, er hätte sich nicht für Wirecard engagiert und er wüsste nicht, warum das bei der Kanzlerin auf einmal aufgeschlagen ist. Die Kanzlerin wiederum sagt, sie wisse auch nicht genau, wie das passiert sei. Und das ist dann doch etwas zu viel Ahnungslosigkeit dafür, dass China eben eine der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt ist und man dort sich für ein Unternehmen verwendet. Zum Abschluss, ich denke auch, dass die Rolle von Lars-Hendrik Röller uns noch weiter interessieren sollte. Ich finde es bemerkenswert, dass es da offenbar familiäre Beziehungen gibt, die auch in der Vermittlungstätigkeit für ein chinesisches Unternehmen zu Wirecard münden. Wir haben hier die offenen Fragen angesprochen, auch was bestimmte Geschäfte mit medizinischem Bedarf angeht. Und für mich ist vor allem eine Erkenntnis dieses Untersuchungsausschusses, dass wir sowohl in der Regierung als auch im Bundestag strengere Regeln brauchen, sowohl für Finanzgeschäfte, aber auch hinsichtlich weiterer Interessenkonflikte. Die hat sich die Kanzlerin nicht festgelegt. Ich hoffe, dass sie sich hierüber intensiv Gedanken macht und auch in ihr eigenes Haus noch mal kritisch hereinblickt. Eine letzte Bemerkung sei mir gestattet. Für mich ist das auch etwas Besonderes, wenn ich mal über einen so längeren Zeitraum die Kanzlerin befragen kann. Mein eigenes politisches Engagement begann damit, dass ich mal als 14-Jähriger ihr ein T-Shirt in die Hand gedrückt habe und gegen den Klimawandel protestiert habe. Und bin dann mit meinem Kinderausweis aus dem Gebäude eskortiert worden. Heute habe ich einen Abgeordnetenausweis und durfte gegen Ende, sagen meiner Amtszeit, die Kanzlerin noch mal in diesem Skandal befragen. Das ist, sagen wir so, der Lebenslauf, den man in der Politik dann hat. Insofern war das heute für mich auch eine interessante Sache. Ich bin mir sicher, wir werden weiter von Wirecard hören. Und ich bin mir sicher, es werden neue Erkenntnisse zutage treten, die auch noch einmal die Kanzlerin und die Aussagen der Kanzlerin heute in ein neues Licht rücken. Im letzten Satz noch ein Versprecher. Vielen Dank. Fabio De Masi, Obmann der Linksfraktion im Untersuchungsausschuss Wirecard, am Ende noch mit ein paar persönlichen Anmerkungen. Er hört ja auf, wird in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr im Deutschen Bundestag sein, überwiegend aus persönlichen Gründen. Der nächste Mikrofon ist Jens Zimmermann, Obmann der SPD-Fraktion. Ihr abgehörtes Handy unterhalten von der NSA und heute hat sie ihr Handy nicht zum Schweigen gebracht. Ich hoffe, es war nichts so Dringendes, aber das war nur eine kleine Episode. Es hat sich für uns gezeigt heute, es gibt im Kanzleramt zwei Welten. Es gibt die Welt von sehr tüchtigen Fachbeamtinnen und Fachbeamten, die wir auch kennengelernt haben, die sehr, sehr knarr und sehr, sehr früh analysiert haben, dass Wirecard ein durchaus problematisches Unternehmen ist. Denn noch im Januar 2019 gab es eine klare Absage aus dem Kanzleramt an einen Gesprächswunsch von Wirecard-CEO Markus Braun. In dem Vermerk stand genau drin, wir raten von einem Treffen ab aufgrund der negativen Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung. Und es gibt eine zweite Welt im Kanzleramt, nämlich die politische Ebene, wo dann ein Karl Theodor zu Guttenberg sich zum Tee bei der Kanzlerin einlädt und all diese Bedenken umgehen kann. Das ist heute deutlich geworden. Und wenn ich das so sagen darf, es gab einen blau-weißen Elefanten heute in diesem Raum. Und das war nicht Markus Söder, sondern das war Karl Theodor zu Guttenberg, um den es immer wieder ging. Und der ja auch nach seinem Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss an zentralen Stellen seine Aussage korrigieren musste, weil er, milde gesagt, geflunkert hat bei seinen Aussagen gegenüber uns Abgeordneten. Und die Kanzlerin teilt ganz sicher einen Punkt mit den Mitgliedern des Ausschusses, nämlich, dass wir stinksauer sind auf Herrn zu Guttenberg. Der Unterschied ist nur, sie hat sich von ihm dazu bringen lassen, in China für Wirecard zu werben. Das ist heute deutlich geworden und das bleibt auf jeden Fall von diesen Ermittlungen über. Weiterhin, und auch das fällt in die direkte Zuständigkeit der Kanzlerin, Herr Professor Röller, der Chefwirtschaftsberater der Kanzlerin, hat persönliche Geschäfte mit dienstlichen Angelegenheiten vermischt und es konnte bis heute nicht vollkommen aufgeklärt werden. Denn auch dieser Auftritt im Untersuchungsausschuss war alles andere als überzeugend. Auch da musste im Nachhinein einiges klargestellt worden. Die Kanzlerin konnte diesen Vorgang heute nicht ausräumen und die entscheidende Mail ist von Herrn Röller bis heute nicht vorgelegt worden. Ich hoffe, dass das nachträglich noch passiert. Im Übrigen, als Randnotiz, das Kanzleramt hat bis heute auch keine schriftliche Erklärung abgegeben, dass alle Akten vorliegen. Deswegen kann da ja auch noch etwas kommen. Alles in allem ist es trotzdem, glaube ich, ein guter Abschluss der regulären Spielzeit für diesen Untersuchungsausschuss. Wir haben sehr, sehr viel herausgefunden. Gerade die Verwicklungen der Wirtschaftsprüfer waren vorher so nicht bekannt. Die Verwicklungen der Staatsanwaltschaft München waren so vorher nicht bekannt. Das kann dieser Untersuchungsausschuss mit Fug und Recht auf der Haben-Seite verzeichnen. Aber, entschuldigen Sie die Fußballanekdote, es wird auch eine Nachspielzeit geben. Die ist schon angelaufen und der Untersuchungsausschuss hat in seiner gestrigen Sitzung bereits weitere Zeugen beschlossen. Es werden noch mal Vertreter von Wirecard kommen müssen. Es werden Vertreter von EY kommen müssen. Und da werden wir noch mal genau bei diesem wirklich entscheidenden Thema aus unserer Sicht, nämlich der Rolle der Wirtschaftsprüfer, nachhaken. Denn ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass nach dem Wirecard-Skandal wir über einen EY-Skandal noch mal reden müssen. Herzlichen Dank. Jens Zimmermann, der Obmann der SPD-Fraktion mit einem Fußballvergleich. Und dann bleiben wir doch mal im Bild. Ein letzter Wechsel, eine letzte Einwechslung vor den Mikrofonen. Und das ist Daniel Bayers, der Obmann der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich habe die Bundeskanzlerin in Sachen Wirecard befragt. Ich fand das einen ehrlichen, einen authentischen Auftritt. Wenn man sich die Bundeskanzlerin von ihrer Mimik und Gestik angeschaut hat über die Stunden, hatte ich den Eindruck, dass der Ausmaß, die Dramatik, aber auch die Absurditäten dieses Skandals ihr erst in dem Moment der Befragung so wirklich bewusst geworden sind. Die Bundeskanzlerin hat wahrscheinlich das schwierigste und das beschäftigste Amtsjahr gerade hinter sich, dass sie nicht jeden Tag in den Pressespiegel schaut, um zu schauen, was bei Wirecard los ist. Das, glaube ich, dafür haben wir alle Verständnis. Aber die Dramatik und die Absurditäten, die sind ihr wirklich erst heute in der Befragung deutlich geworden. Zumindest habe ich das so ein Stück weit deuten können. Ein Grund oder eine Antwort auf die Frage, wie konnte es bei Wirecard eigentlich so weit kommen, ist auch der hemmungslose Lobbyismus, den wir bei Wirecard beobachten konnten. Und der gipfelte vor allem darin, dass Karl Theodor zu Guttenberg zu seiner alten Chefin mal gefahren ist und die die Geschichte vom Börsenstar Wirecard eingeflüstert hat und dazu geführt hat, dass die Bundeskanzlerin sich auf der China-Reise aktiv für dieses Unternehmen eingesetzt hat. Das ist erst einmal per se nichts Schlechtes. Im Gegenteil, ich erwarte sogar von der Bundeskanzlerin, dass sie sich für das Interesse von deutschen Unternehmen im Ausland einsetzt. Aber der Zeitpunkt, der ist natürlich brisant, denn im Herbst 2019 gab es schon viele Hinweise und kritische Berichterstattung, dass bei Wirecard etwas nicht stimmt. Und da kann man natürlich sauer sein auf Karl Theodor zu Guttenberg. So wie wir alle Abgeordnete das sind, so war es, glaube ich, auch die Bundeskanzlerin. Aber das nimmt sie ja nicht aus der Pflicht, selbst genau hinzuschauen. Und da hat ihr die Distanz zu Wirecard, aber auch die Sensibilität für Compliance einfach gefehlt. Das muss man so in der Deutlichkeit sagen, denn die Bundeskanzlerin hat ja auch Erfahrungswerte, was die charakterliche Integrität und die Vertrauenswürdigkeit von ihrem ehemaligen Minister Karl Theodor zu Guttenberg angeht. Und da hätte sie einfach mehr aufpassen müssen, um ihm da so nicht auf den Leim zu gehen. Ich finde es aller Ehren wert, dass auch die Union sich da jetzt für das Verhalten ihres ehemaligen Ministers entschuldigt hat. Aber das nimmt selbstverständlich das Kanzleramt nicht aus der Schusslinie. Merkel muss sie schon auf ihre Leute im Hintergrund verlassen können, dass sie ihre Termine und ihre Auslandsdelegation ordentlich vorbereitet. Und das ist hier offenbar nicht passiert. Und das hat auch Schaden, auch Reputationsschaden, nicht nur der Bundeskanzlerin, sondern auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt zugefügt. Zu guter Letzt, ich glaube, wir müssen uns noch viel intensiver darüber unterhalten, wie wir es mit Transparenz und mit klaren, strengen Lobbyregeln halten möchten. Denn es gibt einerseits den sehr offiziellen und förmlichen formellen Lobbyismus, wenn Verbände ihre Position artikulieren. Das ist legitim, das ist normal, das gehört sogar zu einer Demokratie dazu. Der gefährliche Lobbyismus ist der, der subtil funktioniert, der vielleicht sogar so funktioniert, dass derjenige oder diejenige, in dem Fall die Bundeskanzlerin, es gar nicht spürt, dass sie gerade für ökonomische Interessen eingespannt wird. Und so war es bei Karl Theodor zu Guttenberg, der ist zu ihr gefahren. Sie wusste nicht in dem Moment, dass Wirecard Mandant, also Kunde bei Karl Theodor zu Guttenberg war. Er erzählt ihr die schöne Geschichte vom Technologista Wirecard. Und im Hintergrund, hinter dem Rücken der Bundeskanzlerin, fädelt Karl Theodor zu Guttenberg zusammen mit dem Wirtschaftsberater der Kanzlerin, Herrn Röller, die Geschichte ein und bereitet diese China-Reise vor. Das ist der gefährliche Lobbyismus, der auch Vertrauen in Demokratie und Institutionen zerstört. Und dafür braucht es bessere, schärfere und strengere Regeln. Vielen Dank und schönes Wochenende. Und da schließen wir uns natürlich gleich mal gerne an. Sieben Männer haben wir gehört, sieben Obmänner, die in den Untersuchungsausschuss oder für den Untersuchungsausschuss Wirecard hier gesprochen haben und eine Bilanz gezogen haben der heutigen Beratungen, wo zwar die Bundeskanzlerin im Mittelpunkt stand, weil sie nämlich die Zeugin gewesen ist, aber in diesen Befragungen mit der Bundeskanzlerin auch wieder zwei Männer in eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Zum einen der Lobbyist Karl Theodor zu Guttenberg. Ich will Ihnen ein Zitat der Bundeskanzlerin nicht vorenthalten. Karl Theodor zu Guttenberg hatte ja um ein persönliches Gespräch damals bei ihr gebeten. Dieses Gespräch sei dann aber, sagte die Kanzlerin, im Ausschuss sehr interessengeleitet gewesen. Zitat Ende. Und dann gab es noch ein weiteres Zitat, ob sie noch Kontakt habe zu Karl Theodor zu Guttenberg. Da sagte sie, die Kontakte seien momentan erstorben. Eine typische Formulierung der Bundeskanzlerin. Und der andere Mann, der eine Rolle nochmal gespielt hat, war Hendrik Röller, der Wirtschaftsberater im Kanzleramt und dessen Aktivitäten oder Tätigkeiten rund um Wirecard. Insbesondere seine persönlichen Verbindungen, die es da noch gegeben hat. Denn seine Frau hat ganz offensichtlich Kontakte hergestellt, auch für Wirecard zu anderen Firmen in China. Das wird also weiter diskutiert werden in einem der nächsten Sitzungen dieses Ausschusses, der seine Arbeit noch nicht beendet. Wir haben es ja deutlich gehört in den Stellungnahmen gerade. Aber wir können diesen Nachmittag aus dem politischen Berlin, aus dem Regierungsviertel natürlich nicht beenden, ohne eine Frau. Und deswegen gebe ich nochmal zurück zu Katharina Kühn im Bundestag, die die jetzige Sitzung da noch beobachtet. Und ein klein wenig Zeit für die Übertragung von dort haben wir ja auch noch. Vielen Dank.